Ich will in Word Bilder beschriften und ein Bildverzeichnis einfügen. Mein Name ist Pirmin Lenherr. Ich habe hier bereits die Bilder eingefügt. Ich habe alle 5 cm hoch gemacht. Hier habe ich zwei Bilder nebeneinander und im Gesamten sind es etwa sechs. Und ich will nun die Bilder beschriften. Ich klicke auf das erste Bild, gehe bei Referenzen zur Gruppe Beschriftung und hier zur Beschriftung einfügen. Word schlägt mir vor, es beschriftet das Bild mit dem Wort Abbildung. Das steht hier, das sei die Bezeichnung. Abbildung 1,1. Und nun könnte ich hier diese Beschriftung auch tatsächlich beschriften. Ich habe hier extra einen Fehler getippt, denn am Schluss brauchen wir den. Jetzt steht hier vorne Abbildung und das wird nachher auch hier unten beim Bild stehen. Und das ist irgendwie überflüssig. Ich sehe, dass das Bild eine Abbildung ist. Also brauche ich das eigentlich nicht. Ich füge das mal ein und es steht hier schön unter dem Bild Abbildung 1. Dass es nummeriert ist, das finde ich ja gut. Und wenn ich das nun hier ändern möchte, Abbildung 1, das geht leider nicht mehr. Aber ich könnte hier den Text ändern, das ginge. Weil ich das ja hier nicht mehr ändern kann, lösche ich das ganze Teil wieder. Ich klicke auf den Rand der Beschriftung und drücke die Delete-Taste. Ich beginne nochmals. Also Beschriftung einfügen und ich will die Bezeichnung Abbildung gar nicht. Dann kann ich hier sagen, die Bezeichnung nicht verwenden. Oder ich könnte auch eine andere Bezeichnung nehmen. Diagramm, Formel, Tabelle. Also für all diese Dinge braucht man genau dieselbe Beschriftung. Oder ich könnte auch eine neue Bezeichnung erfinden. Ich könnte hier sagen, ich möchte gerne meine Bezeichnung mit Bild bezeichnen. Dann stünde hier eben immer Bild. Das ginge, das wäre auch ein bisschen kürzer. Also ich verwende nun Bild und das ist Bild Nummer 1. Ich mache noch einen Doppelpunkt und füge das ein. Jetzt brauche ich ein paar Kniffe. Ich zeige 9 Kniffe. Erstens, wenn ich nun das Bild statt hier links rechts hinstellen möchte, dann bleibt die Beschriftung liegen. Vorhin wusste ja Word, wo es die Beschriftung hinstellen soll. Aber es hat das irgendwie wieder vergessen, dass es zum Bild gehört. Ich mache mit Ctrl-Z das wieder zurück. Und ich drücke die Shift-Taste. Klicke auch noch auf die Bildbeschriftung. Und jetzt sind beide markiert. Also das Bild und die Beschriftung. Ich mache einen Rechtsklick auf das Bild. Sage hier Gruppieren. Und nochmals Gruppieren. Und jetzt ist das Bild mit der Beschriftung gruppiert. Und wenn ich am Rand die Gruppe nun packe, dann kommt die Beschriftung mit. Kniff Nummer 2. Ich will nun die ganze Gruppe wieder zurückstellen. Und Achtung, wenn Sie aus Versehen nur das Bild packen und das Bild verschieben, dann bleibt die Beschriftung schon wieder liegen. Aber eigentlich haben Sie dadurch den Gruppenrahmen erweitert. Der geht nun wirklich so weit nach innen. Und das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich mache mit Ctrl-Z das wieder zurück. Und Achtung, packen Sie den ganzen Gruppenrahmen. Dann kommt alles miteinander zurück. Ich habe nun alle Bilder beschriftet. Ich habe alle Bilder mit den Unterschriften gruppiert. Und, hm, da stimmt etwas mit der Nummerierung nicht. Das ist ja automatisch entstanden. Warum? Was muss ich da machen? Kann ich das irgendwo aktualisieren? Geht nicht. Aber ich weiss, wenn ich da die Funktionstaste F9 drücke, dann funktioniert es vermutlich. Das aktualisiert alles. Geht auch nicht. Was ist hier los? Wenn man Bilder einfügt mit der Layout-Option Quadrat, dann erhalten alle Bilder einen Anker. Das heisst, der Tim ist hier am Anfang des Absatzes verankert. Aber Daniel Gregg ist ebenfalls hier verankert. Und wenn zwei Bilder nebeneinander am selben Punkt verankert sind, dann kriegt Word ein Durcheinander. Jetzt kommt der Kniff. Ich klicke auf das Bild von Tim und lasse den Bildanker von Tim hier am Anfang des Absatzes. Aber den Anker von Daniel Gregg, den packe ich und stelle den weiter nach unten irgendwo an den Anfang eines nächsten Absatzes. Hier beginnt nämlich der nächste Absatz. Wenn ich die unsichtbaren Zeichen einschalte und der Start hier die unsichtbaren Zeichen einschalte, dann sehe ich, ja hier wechselt der Absatz, also beginnt hier der neue Absatz, also kann hier auch der Anker stehen. Und wenn ich auf Daniel Gregg klicke, ist nun der Anker am Anfang dieses Absatzes. Das heisst, es hat eine eindeutige Reihenfolge. Zuerst der Anker hier oben, dann der zweite. Aber die Nummerierung ist ja trotzdem noch da und ist immer noch falsch. Ich habe lange gesucht, aber ich habe einen Trick herausgefunden. Wenn Sie jetzt Ctrl-P drücken oder hier auf Datei drucken gehen, dann sortiert Word die beiden Bilder neu und jetzt stimmt die Nummerierung. Ich gehe wieder zurück und jetzt stimmt die Nummerierung. Aber ich habe lange gesucht. Ich stelle die unsichtbaren Zeichen wieder ab, gehe ans Ende der Datei mit Ctrl-End und füge nun hier unterhalb des Inhaltsverzeichnisses das Bildverzeichnis ein. Ich gehe hier zu Referenzen und bei den Beschriftungen zu Abbildungsverzeichnis einfügen. Hier schlägt mir Word ein gewisses Aussehen vor. Ich übernehme das einmal, okay, und da ist das Verzeichnis. Nächster Kniff. Wenn Sie im Verzeichnis einen Fehler entdecken, und ich sehe ja hier einen Fehler, korrigieren Sie nicht hier im Verzeichnis, denn wenn Sie das Verzeichnis nachher wieder aktualisieren, hier oben Abbildungsverzeichnis aktualisieren, dann ist der Fehler wieder da. Der Fehler ist ja nicht hier, sondern zuoberst bei der Beschriftung. Ich gehe wieder ganz nach oben mit Ctrl-Home. Hier im ersten Bild war das ja falsch. Also korrigiere ich hier, gehe wieder ans Ende mit Ctrl-End und aktualisiere nun das Bildverzeichnis, das gesamte, okay, und jetzt stimmt's. Nächster Kniff. Wenn das Verzeichnis nicht so aussieht, wie Sie das gerne hätten, ändern Sie nicht hier die Schriftfarbe oder die Grösse oder die Schriftart, sondern gehen Sie beim Startregister zu den Formatvorlagen, aber irgendwie erscheint das hier gar nicht. Und hier, hm, auch nicht, aber es hat hier noch einen kleinen Pfeil. Klicken Sie hier drauf und jetzt erscheint hier Abbildungsverzeichnis. Also das hängt zusammen. Ich ändere nun hier das Aussehen des Abbildungsverzeichnis bei Ändern und ich möchte hier eine kleinere Schrift, eine Zehnerschrift und eine andere Schriftfarbe, zum Beispiel Blau. Okay, und jetzt ist das ganze Verzeichnis Blau. Stimmt, die Überschrift hat ja noch gefehlt. Die kommt hier leider nicht, also Bildverzeichnis. Beim Inhaltsverzeichnis war das ja nicht so. Beim Inhaltsverzeichnis kommt automatisch Inhalt. Nächster Kniff. Ich habe hier fünf Bilder beschriftet und hier im Inhaltsverzeichnis automatisch aufgeführt. Ich füge nun oben noch ein sechstes Bild ein. Wenn Sie ein Bild einfügen, das Zahlen oder Text enthält, dann erkennt man das beim Lesen nicht als Bild. Aber das ist ein Bild. Gehen Sie hier auf das Bild, Doppelklick darauf und geben Sie dem Bild einen Rahmen. Dann erkennt man sofort das Bild als Bild. Ich habe nun das Bild mit der Formel drin beschriftet, hier. Aber die Beschriftung überdeckt hier den Bildrand, also diese Schattierung. Ich trage nun in dieser Gruppe die Beschriftung ein bisschen nach unten, lasse wieder los und... Ja, das ist Word. Das passiert wirklich ab und zu. Es ist verschwunden und ich muss nun auf die Suche gehen, wo ist das Bild? Da! Ja, unglaublich. Also es passiert, packen Sie es wieder, tragen Sie es an den richtigen Ort und fahren Sie weiter. Nächster Kniff. Ich habe ja nun dieses sechste Bild hier neu eingefügt. Ich gehe ans Ende der Datei, Ctrl-End und... Hm, hier fehlt es natürlich noch im Bildverzeichnis. Also immer daran denken, am Ende der Arbeit unbedingt alle Verzeichnisse aktualisieren. Ich mache das hier oben. Natürlich das ganze Verzeichnis mit der Seitennummerierung und jetzt ist es da. Der letzte Kniff. Die Bildbeschriftung hier ist irgendwie gräulich und ich möchte das gar nicht gräulich, sondern rot. Gehen Sie nicht hin und markieren Sie alle Beschriftungen einzeln und ändern Sie nicht hier die Schriftfarbe, sondern das ist ja wieder mit einer Formatvorlage versehen. Also hier beim Start, hier gerade auf diesem kleinen Pfeil, es erscheint wieder das kleine Fenster hier. Das ist die Formatvorlage der Beschriftung. Also ich gehe hier auf den Pfeil, ändern und kann da die Farbe für sämtliche Beschriftungen sehr schnell für alle ändern. Und es hat funktioniert. Alle Bildbeschriftungen sind nun anders. Natürlich könnte ja auch das Kursive noch angepasst werden und die Schriftgrösse und die Schriftfarbe. Aber ich wollte ja nur zeigen, wo das zentral gesteuert ist. Das war's.